Wir sind voll am Gäns, wir sind kein richtiger Club. Wir sind ein paar Familien, die zusammen einfach Spaß haben daran, ihnen wohlzumerken. Und ja, da hat sich ja schon gedacht, mal 20 Jahre zusammen gesagt, dass wir mal angefangen haben, ein Wohl zu machen. Und wir haben da. Wie können, dass wir noch keinem Wohl den Dschungelbuch holen oder so etwas, haben wir gedacht, da gibt man den Dschungelcamp nach, in der das etwas, was schon für ihr kennt. Und an Wüke, dass wir einfach die Kammer dabei haben, haben wir das ganz so böse wie ein Spielplatz abgebaut, die am Dschungel steht.